Ja, die wissenschaftliche Tagesschau heute. Ja, bevor es losgeht mit Markus Krall, Gradido und so weiter. Nur ein paar Kurz, ein, zwei Kurzmeldungen. Endlich, Thüringen wird vernünftig. Und beendet endlich diese wahrscheinlich unnötigen Maßnahmen, da alle Hinweise darauf deuten, dass wir es mit einem ja, letztendlich mit einem mit einer kräftigen Grippe quasi zu tun hatten und haben und ja, und wahrscheinlich alle Maßnahmen letztendlich sinnloser Selbstmord unserer Kultur waren. Wo haben wir denn die Maßnahmen? Hier haben wir es doch, ja. So, dann, ja, warum ist Ramelow da vielleicht anders als andere Ministerpräsidenten? Ja, er hat sicherlich eine kapitalismuskritische Schulung hinter sich und er erkennt, er hat schon immer gewusst, dass wahrscheinlich, dass die pharmazeutische Industrie aufgrund der Marktschwänge bestimmte Dinge tun muss, die den Menschen nicht gut tun und die Impfindustrie genauso und die Testindustrie, 50 Euro pro Test sind ja ein gutes Geschäft im Moment, ja, dass die natürlich eigene Interessen im Rahmen des Kapitalismus der Marktwirtschaft verfolgen und dass die nicht unbedingt im Interesse der Bevölkerung und der Menschen sind, sondern im, aber eben, wie gesagt, kein Vorwurf, die, die pharmazeutische und Impf- und Testindustrie folgt da nur den Zwängen unseres Systems, ja, und, ja, Spahn will das Virus im Keim ersticken, wie soll das gehen? Also, ein Virus überhaupt halbwegs aufzuhalten, wie soll das überhaupt gehen und dann auch noch im Keim ersticken? Ja, was soll denn passieren? Soll es dann durch deutsche Maßnahmen aus der ganzen Welt verschwinden und nie wieder nach Deutschland reinkommen können? Ja, wie will man das machen? Da müsste man ja dann eine totale Grenzenabschottung machen, wirklich, wo niemand mehr durchkommt. Na gut, so weit, so gut. noch eine Kurznachricht, ja, Herr Hirnheise, Lothar Hirnheise, der ja sozusagen auch die Krebs, die falschen Krebsbehandlungen kritisiert, und er sagt eben auch ganz richtig, ja, der hat eben auch erkannt, 98 Prozent aller Studien sind wertlos, ja, und das ist halt so, na, das, das ist nun mal so, na, das, auf Studien sind die größte Täuschungsquelle und auch der Studiendurchführer und Studienleiter kann in der Illusion sein, dass er irgendwas mit Wahrheit da zu tun hätte und in Wirklichkeit ist es alles Irrtum, Irrtum, Irrtum und lauter Fehler in der Studie und die Studie ist eigentlich uninterpretierbar und wertlos. Ja, jetzt noch mal ganz kurz, ganz kurz hier Dr. Markus Krall und ja, also ich, ich, ich gehe, muss erst vielleicht erklären, warum ich auf die anderen Konzepte in der Welt nicht mehr eingehe, aus meiner, meiner Meinung nach sind die alle, haben die alle keinen nützlichen Beitrag, daraus kann keine bessere Gesellschaft, keine bessere Welt entstehen und die einzigen, die, die ernst zu nehmen sind, sind eben zum Beispiel Markus Krall und Professor Hans-Werner Sinn, wobei eben man die deswegen ernst nehmen muss, weil man daran den Denkfehler aufzeigen kann, um den es geht, ja, die beiden haben überhaupt nicht das mindeste naturwissenschaftliche Verständnis dafür, dass also hier der erste Früharzt und Frühhändler, der erste Früharzt zum Beispiel sagt, ja, ihr müsst euch einfach weiterhin naturbelassen leben in euren Kommunen, ihr müsst naturbelassene Nahrung zu euch nehmen und bloß nichts denaturiertes und dann braucht ihr euch auch um nichts zu sorgen, weil ihr dann so starke Immunsysteme habt, dass ihr sowieso mit nichts angegriffen werden könnt. Und hier dieser Früharzt, der sagt eben, der irrt sich und sagt, nein, also da gibt es so winzige Tierchen, so wie später dann benannt als Viren und Bakterien, da gibt es im Unsichtbaren irgendwas und das ist total mächtig und gefährlich und das macht euch total krank, nein, also diese denaturierte Nahrung könnt ihr problemlos essen, die ist genauso gesund wie das andere und die Leute, die auf ihn hören, die essen sich krank und werden zu Dauerpatienten und er kann ihnen, was weiß ich, alle die ganze Palette von Impfungen, Tests, Bestrahlung, Operationen, Chemotherapien verkaufen sozusagen, kann deswegen zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei Urenkel und seine gewinnbringenden Irrtümer verbreiten sich mit dem Erfolg, ausbreiten sich zusammen mit dem Erfolg seiner Familie aus und wir alle werden gehirngewaschen von Milliarden, Millionen von gewinnbringenden Irrtümern, die sozusagen die Geschäftsgrundlage darstellen und keiner dieser Leute wie Dr. Drosten oder Professor Drosten oder so ist sich bewusst, dass er sozusagen gewinnbringenden Irrtümern aufsitzt. Lothar Hirneise, der ja auch IBAM begründet hat, der sagt das ganz richtig, da ist keine böse Absicht dahinter, sondern da werden einfach nur Irrtümer immer wieder weitergegeben und er sagt zwar die Studenten und so weiter, unter Medizinstudenten werden belogen und betrogen, aber das ist ja auch nicht richtig, es ist ja keine böse Absicht, es werden einfach nur gewinnbringende Irrtümer von Generation zu Generation weitergegeben und diese werden dann an die Bürger weitergegeben und damit werden wir alle gehirngewaschen und durchmanipuliert, denn jede Mitteilung eines Irrtums ist natürlich eigentlich eine Gehirnwäsche und eine Manipulation. und diesen Zentralfehler jedes Marktes erkennen Krall und Sinn gar nicht. Deswegen sind sie eigentlich jetzt schon raus aus dem Rennen, weil sie überhaupt kein Verständnis dafür haben, dass man eben dem gegensteuern muss, zum Beispiel, ein Beispiel ist ja die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, die dann eben sozusagen bedeutet, dass das sozusagen nur noch der Arzt Verdienstzuschläge bekommt, der das die Wohlfühlstimmen der Bürger und die Gesundheitsdaten also bewiesenermaßen verbessert hat und damit wird dann also jeder Arzt sozusagen total interessiert daran an Weiterbildung, nämlich all diese gewinnbringenden Irrtümer zu durchschauen und Wahrheiten an deren Stelle zu setzen. Und das ist das Dilemma. Und dann gehe ich mal als nächstes ein bisschen ausführlicher auf Gradido ein. Ja, Gradido, so erst mal meine Gedanken dazu und nachher habe ich auch noch einen Text, der das irgendwie deutlich thematisiert. Gradido, das soll also quasi ist praktisch ja letztendlich der Vorschlag, der Staat, die Politik möge beschließen, dass wir also den Euro abschaffen und durch den Gradido ersetzen. ja, also dass wir letztendlich ein anderes Geld bekommen. Nur eben, jetzt müssen wir gucken, was hat dieses andere Geld so so in sich alles, ne, was, was, was steckt in diesem Geld so alles drin, ne. ja, also erstens scheint da ja drin zu stecken, dass ein Werteverfall von Gradido, also stellen sich vor, ihr Euro, sie haben jetzt 100 Euro und ein Jahr später ist es nur noch 50 Euro, ja, also ein eingebauter Schwund ihres Geldes. ja, dann müssen die Menschen entweder das Geld sofort in wertstabile Güter wie Gold oder so anlegen, aber wenn die alle dann aufgekauft sind, sozusagen, müssen sie das Geld verleihen, möglichst schnell an Leute verleihen und da werden es viele nicht zurückzahlen können, also auf jeden Fall werden die Leute enteignet durch dieses Geld. Das führt dann möglicherweise zur Abwanderung aller leistungsfähigen ins Ausland, eben weil diese totale Umverteilung sozusagen, das kündigt sich ja an, das kann sich ja jeder vorher ausrechnen und dann wandern alle leistungsfähigen raus aus Deutschland, sozusagen und dann ist die Volkswirtschaft total ruiniert, alle Arbeitsplätze gehen verloren und alles und alle, wir sind ein ärmliches Land dann, ja. und dann ist eben auch entscheidend, dass dann die Lebensqualitätssteigerung uns ja fehlt, ja. Also ich gehe noch mal hier kurz drauf ein, also hier, der Früharzt und Frühhändler hier sagt ja, es ist toll, wie ihr so liebevoll in euren Kommunen lebt und die Männer alles den Frauen und Kindern schenken, weil alle in Liebe sind und so weiter toll und macht nur weiter so, ja. Und dieser Früharzt und Händler sagt, also der ist irzig wieder und der sagt, ach ist das eklig, euer Geschwuse und Geschlabbere und so und das ist ja alles eklig und da werdet ihr ja alle krank davon und hört auf damit und so unmoralisch, unkeusch ist das ja alles. Ja und dann die, da er ja sozusagen, ja, dann unterdrücken diese, die Leute, die ihm da glauben, unterdrücken ihr Liebesleben, ja, werden glücksreduziert, erleiden Endorphinmangel, Glückshormonmangel und werden konsumsüchtig und kaufsüchtig, ja. Und durch die Wohlfühlstimme zum Beispiel und andere entsprechende Reformen werden müssen, werden die, die früher, die Händler und die, die Ärzte motiviert, die Unwahrheiten, die Irrtümer aufzudecken und Wahrheiten neu zu lernen und dann dürfen die Menschen wieder glücklich sein und dann geht die gesamte Konsumsucht runter, denn durch dieses Unglücklich Machen ist natürlich diese ganze Raubbau an der Erde entstanden, denn wenn ich, wenn ich sozusagen kein erfülltes Liebesleben in einer Kommune mehr habe, dann muss ich ja auf Teufel komm raus konsumieren, um quasi Ersatzbefriedigungen für das, dieses fehlende Liebesleben sozusagen zu kaufen, zu shoppen, ja. Und dadurch kann ja dann der Händler dann hier zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei Urenkel und kann eine Großfamilie der Händler begründen sozusagen. Und mit diesem Erfolg dieser Großfamilie verbreiten sich die gewinnbringenden Irrtümer der Unterdrückung des Liebeslebens über die ganze Welt und machen zu einer Total-Gehirnwäsche. Ja, und das heißt also, dem Gradido fehlt auch die Fähigkeit unseren geliebten Milliardärskönigen, wo sind sie? Sind sie hier auf der Seite? Nee, die müssen auf der anderen Seite sein. Unseren geliebten Milliardärskönigen kann Gradido also gar nichts anbieten, außer dass sie total enteignet werden und eine totale Umverteilung weg von ihnen stattfindet, aber eine Lebensqualitätssteigerung, also 127 Jahre alt möglichst zu werden und das Kerngesund mit einer zehnfach höheren Lebensqualität und wohlfühlen sozusagen. Das kann Gradido nicht versprechen, dadurch kann es eigentlich nur wegnehmen sozusagen und dann machen, bevor dieses Gesetz dann in Kraft tritt, wandern alle reichen, fähigen, leistungsfähigen, erfolgreichen, werden Deutschland verlassen und zurück bleibt ein armes Land. Warum bleibt zurück ein armes Land? weil die Leute ja falsche Vorstellungen davon haben. Die Leute sozusagen einer der Zentraldenkfehler ist ja, dass man denkt, alle Menschen seien gleich intelligent, ja, so meine Schlüsselfrage so, so, können sie das iPhone erfinden? Ja? Also, wenn sie das iPhone nicht erfinden können, ja, dann sollten sie die Idee ganz schnell verlassen, dass alle Menschen gleich sein, gleich fähig, gleich intelligent, nein, fast niemand kann das iPhone erfinden, nur die fähigsten Leute der Welt konnten das iPhone erfinden, ne, und, und wenn die abwandern aus Deutschland, dann ist tote Hose, ne, wir haben ja sowieso, sind ja sowieso kaum noch konkurrenzfähig. Also, noch einmal, die Evolution und unser Genom sind zusammen ein Produzent von systematischer Ungleichheit, ja, weil die Evolution braucht eine Streuung bei allen Lebewesen, damit, wenn sich die Umwelten verändern, immer noch jemand da ist, der so verändert ist, dass er in diese Umwelt passt, ja, und außerdem kann man auch nur so neue ökologische Nischen erobern, indem jedes Kind ein bisschen anders ist als seine Eltern, ja, und das heißt also, wenn, wenn hier zwei Eltern einen sehr niedrigen Intelligenz Prozent haben und sehr niedrige berufliche Leistungsfähigkeit, wenn die 20 Kinder bekommen, dann werden die Kinder in diesen Bereich streuen. Es wird, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es bis hierhin streut, also in den Hochleistungsbereich, aber so in diesem Bereich wird es streuen, ja, und insofern, also Menschen sind leider, die Evolution produziert ständig ungleiche Menschen mit unterschiedlichen, manche sind leistungsunfähig und manche sind leistungsfähig und wenn man diese Tatsache ignoriert, macht man eben grundsätzlich Volkswirtschaften kaputt, weil man da nicht erkennt, ja, hoppla, wir müssen gucken, dass wir hier viele haben und hier wenige und so weiter und damit wir konkurrenzfähig und wettbewerbsfähig bleiben. Ja, ja, die fehlende ja, leider auch Gradido, auch all diese Gruppierungen scheuen ja die Diskussion leider, wir haben sie natürlich mehrfach eingeladen, mit sachlichen anderen Ansätzen, möglicherweise funktioniert das so nach dem Prinzip, solange da ein kleines Geschäftsmodell entstanden ist, Bücher verkaufen oder irgendwelche anderen Dinge verkaufen, solange doch das sozusagen das kleine Süppchen läuft, bloß nicht, dass das Ganze durch irgendwelche Diskussionen in Talkshows oder so in Frage stellen lassen, weil dann könnte sein, dass das Ganze ja dann davon nichts mehr übrig bleiben könnte. ja und jetzt komme ich mal dazu, was ich im Internet gefunden habe, was habe ich gefunden, wo ist es, das müsste jetzt hier oben erscheinen, ja, so, dann mache ich hier unten aber wieder unser schönes Tagesbild, damit Sie wieder was Schönes zu sehen haben, also ich lese mal vor, was da ein Buchkritiker auf Amazon so geschrieben hat, das skizzierte Geldsystem Gradido hat so schwere eingebraute Probleme, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Die Natur des Menschen wird völlig negiert, obwohl das System sich ja gerade an der Natur orientieren will. Der Mensch wird vor allem durch die Aussicht auf Belohnungen zu Höchstleistungen getrieben. Im Gradido-System wird Leistung eher bestraft. Ja, das ist ja der Punkt. Wobei, also wir als Naturwissenschaftler sind schon noch offen dafür, dass es sein könnte, dass wir keine besonderen äußeren Leistungsanreize brauchen, wenn die Menschen, zum Beispiel, wenn ein Teil der Menschen wieder in Kommunen leben will, weil er merkt, dass er da glücklicher ist und sozusagen dann letztendlich möglicherweise reicht einfach der Anreiz, noch mehr Liebe und Anerkennung der Frauen und Kinder zum Beispiel zu bekommen, um die Männer dazu zu bringen, möglichst viele geschenkbare Dinge sozusagen zu finden und zu erfinden und dann den Frauen und Kindern zu schenken. also ja sozusagen ob wir wirklich so 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 was jemals irgendwann dann später noch so was wollen und brauchen wie das über Geld noch zusätzliche Belohnungen da eine Rolle spielen, da habe ich so meine Zweifel, es könnte sein, dass das dann auch alles uninteressant wird, aber eben im jetzigen Moment wäre es sehr gefährlich, dann, denn im jetzigen Moment sind wir in der Situation der nordamerikanischen Indianer, wenn wir irgendwann nicht mehr so hochtechnologisch sind, dass wir uns verteidigen können und wenn auch nur mit defensiven Mini-Abfang-Raketen-Riegeln rund ums Land und so weiter, wenn wir technologisch nicht mehr in der Lage sind, uns zu verteidigen, wird sich irgendein kapitalistisches angriffslustiges, kriegslusternes Land erbarmen und uns alle zusammen abknallen und das Land erobern und besiedeln, also müssen wir leider noch ein bisschen weiterlaufen, erst wenn der letzte Staat der Welt nicht mehr kapitalistisch ist, sondern die Wohlfühlstimme und andere Dinge eingeführt hat und die 20 anderen Reformen eingeführt hat, dann müssen wir, dann können wir vielleicht auch alle die gesamte Welt zusammen auf drei Stunden am Tag nach Arbeit runtergehen, weil wir dann eben nicht mehr dieses Schädliche, die einen produzieren Dinge, die die Gesellschaft krank machen und die anderen arbeiten dann in dem Bereich, diese Krankheiten gewinnbringend zu verwalten und so weiter, also all dieser Wahnsinn nicht mehr stattfindet und wir dann eben sowieso jedes Jahr quasi 500 Milliarden Euro in Deutschland dann plus haben, als dauerhaftes volkswirtschaftliches Plus und dann können wir sowieso in allem auf drei Stunden Arbeit pro Tag pro Person zurückgehen, denn das scheint ja der Natur wert zu sein ungefähr. Ja, dann schreibt der Kritiker weiter, eine der wichtigsten Eigenschaften des Tauschmittels ist seine Wertbeständigkeit, verliert es zu viel an Wert, dann wollen die Menschen es sofort loshaben, es kommt zu sprunghaften Preisanstiegen, ja, also ich meine, wer will den Gradido behalten, wenn immer, wenn er ihn hat, er praktisch an Wert verliert, ja, ja, also im Gradido-System ist ein Werteverfall von 50% pro, pro, pro anno, also pro Jahr vorgesehen, das entspricht einer Inflation von 100% pro Jahr unter der Voraussetzung, ja, Sparen ist somit sinnlos, jeder Gradido wird in werthaltiges konvertiert, werthaltige Aktiver wie Gold, Silber und Grundstücke kommen vermutlich dann gar nicht mehr auf den Markt, weil sie jeder natürlich halten will, ne, und was soll der Gradido mit dem Gradido anfangen, er müsste sie also wieder unterbringen auf dem Markt, er kann ja nicht sinnlos irgendwas kaufen und dann kann er es höchstens verleihen und dann muss er es an riskante sozusagen Kreditnehmer oder risikobehaftete Kreditnehmer ausleihen und dann kommt die Hälfte des Geldes nicht mehr zurück und so weiter, also die Enteignung ist total und die totale Umverteilung ist in diesem Konzept drin, ja, er schreibt noch, der Kritiker Importe aus dem Ausland sind nahezu unmöglich, weil kein Exporteur des anderen Landes Gradido will, ja, also wir wären dann auch total isoliert, denn wer würde, würde unseren Gradido haben wollen, wenn er, wenn er dann auch eben wieder 50% pro Jahr an Wert verliert, ne, ja, und so weiter, die Leute würden also ausweichend, befürchtet der Autor in, 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 werthaltige Parallelwährungen würden sich bilden, die man ja vielleicht nicht verhindern könnte und so weiter, äh, ja, ja, jeder rationale Akteur versucht eben aus dem Gradido dann zu fliehen und, ja, von daher ist das ein Riesenproblem. Der Autor schreibt also, das Ganze ist reine Traumtrenzerei und geht an dem Wunsch der großen Mehrheit der Menschen vorbei. Irgendwie unzufrieden sind ja fast alle, aber nahezu niemand will Geld mit eingebautem Wert verfall. So. Ja. Also der Gradido erlaubt letztendlich ja kein Sparen, ja, und damit kann, kann niemand irgendwie etwas aufbauen und deswegen geht er dann ins Ausland und sagt, da kann ich, kann ich das Ergebnis meiner Arbeit anspeichern für spätere Zeiten, während ich es in Deutschland nicht mehr kann und immer alles sofort wieder verliere und so weiter. Ja. Der Gradido wäre wahrscheinlich gut geeignet, unsere Wirtschaft auf das Niveau Nordkoreas zu bringen. Ja, das vermute ich auch. Alternative Geldsysteme gerne, aber jedes Geld, das nicht einigermaßen wertstabil ist, ist zum Scheitern verurteilt. Soweit also dieser Text hier. Gut, dann gehen wir doch nochmal hin hier und gucken, was ist mit den anderen Systemen? Wo sind sie denn? Also Markus Krall, Hans-Werner Sinn, habe ich schon abgehakt. Ja, Christian Felbers Gemeinwohlökonomie hat eben auch lauter so Elemente, wenn das alles umgesetzt würde, was Christian Felber denkt, würde auch die gesamte Wirtschaft, bevor das eingeführt würde, aus Deutschland fliehen und flüchten, die Unternehmen würden abwandern, alle kompetenten Leute würden abwandern, weil eben letztendlich sozusagen das entscheidende ja fehlen würde, das ausgleichende Wirtschaftswunder, ja, also wenn ich keine Wohlfühlstimme habe und also dadurch nicht statistisch sauber messen kann, ob zum Beispiel biologisch angebautes Getreide und Brot eher krank macht oder eher gesundheitsförderlich ist, wenn ich also die Produkte jenseits eines ja, ist irgendwie ökologisch und ist irgendwie umweltgerecht oder so und dabei aber nicht messe, ob es denn wirklich bei den Kunden wirklich tatsächlich faktisch gesundheitsförderlich und wohlfühlensförderlich ist sozusagen, wenn ich dieses Element nicht habe, dann sozusagen kriege ich die Krankheitsförderung ja nicht raus aus der Gesellschaft sozusagen, damit kann ich keine riesigen Kosten einsparen und sozusagen nur wenn ich diese riesen Kosten einspare, ist es ja sinnvoll sozusagen die ganze Wirtschaft sozusagen ja total umzustellen auf Gesundheitsförderung und Lebensqualitätsförderung und so weiter also von daher ist sozusagen fehlt das entscheidende Element nämlich dieses Wirtschaftswunderelement das wäre mit der Gemeinwohlökonomie undenkbar und die Firmen ja also wie sollen die Firmen dann mit der weltweiten Wettbewerb umgehen sind die denn natürlich können wir im Inland durch Steuersenkung den sozusagen umweltgerechteren Firmen sozusagen Steuererleichterungen geben und ihnen damit einen Wettbewerbsvorteil im Inland geben aber wollen wir das dann auch auf der ganzen Welt tun ja und so weiter das sind alles so unklare Dinge also ich würde sagen das ist auch wieder wie hat der Autor vorhin gesagt über Gradido Traumtänzerei das ist halt auch eine Traumtänzerei aber die immerhin in die richtige Richtung geht deswegen wird sie ja natürlich auch von uns immer wieder erwähnt weil eben da schon der Wille drin steckt ein die Wirtschaft dafür zu belohnen wenn sie Menschen nutzt und für dieses den Menschen nutzen auch die Umwelt repariert und so weiter das ist die richtige Idee man muss es aber auch technisch dann richtig und wasserdicht machen ja Sarah Wagenknecht und wen haben wir hier noch Sarah Wagenknecht Kevin Kühnert Rainer Mausfeld ja da geht es letztendlich nur einfach wiederum um umverteilen von den Reichen was wegnehmen und so weiter und ob uns das wird uns eben auch keine insgesamt bessere Gesellschaft bringen weil das wieder an dem Grundproblem nichts ändert nämlich dass unser gesamtes Marktgeschehen gewinnbringende Irrtümer multipliziert und wir alle deswegen schwerst beschädigt werden durch Gehirnwäschen und Manipulation in unserer Lebensqualität alle schwerst beschädigt werden und dafür hat ja Sarah Wagenknecht Kevin Kühnert Rainer Mausfeld null Konzept genauso auch Nico Pech mit Postwachstum und die groß hat natürlich dazu auch kein Konzept und damit fehlt alles entscheidende und er hat eben eigentlich auch gar kein Konzept wie man den echten die groß denn einführt denn erst über die ich gehe nochmal zurück hier kurz erst über die wo ist es über die Wohlfühlstimme kommt es ja dazu dass sozusagen die gesamte Gesellschaft an der Glücksförderung der Menschen interessiert wird und der Wohlfühlförderung und wenn die Menschen dann wieder so glücklich sind dass viele vielleicht freiwillig und gerne wieder in Kommunen leben müssen wie vor 400.000 wollen wie vor 400.000 Jahren und dort eben so viel Lebenslust und Lebensfreude haben ja alles ausgehend von den Hausarztkommunen die eben entstehen nach der Einführung der Wohlfühlstimme oder der anderen Reformen und so weiter dann sozusagen dann werden die Leute die gesamte Konsumsucht verlieren und werden wirklich dann es wird Postwachstum entstehen es wird die Groß entstehen durch Verschwinden der Konsumsucht ja und und gleichzeitig werden wir ein Reichtum haben also das ist das was ja viele nicht verstehen können echtes Postwachstum echte die Groß geht mit Milliarden Geldern Wirtschaftswunder einher die wir dann zur freien Verfügung haben und die wir ja deswegen hier zum Beispiel hier unsere Greta Thunberg und Fridays for Future Angeboten haben Kohle Stopp 2026 vollfinanziert 900 Milliarden Euro sieben Jahre Plan fürs Klima ja und wie gesagt wir rätseln ja immer noch warum irgendwie jemand so unrealistisch sein kann dass er dieses einzigartige Angebot nicht annehmen kann und oder will oder was auch immer ja ich gehe jetzt nochmal zurück auf unser schönes Schaubild ne ich war hier war ich gewesen ja also das heißt also diese Konzepte alle anderen Dinge die so überall in Deutschland diskutiert werden halte ich für so unrealistisch und so wenig nützlich im Sinne einer besseren Gesellschaft dass ich sie noch nicht mal erwähnen würde nicht mehr erwähne weil es einfach nur Zeitvergeudung ist das sind hier aus meiner Sicht die letzten über die es sich lohnt zu reden überhaupt ja und wo überhaupt noch irgendwie sehr vernünftig wenigstens noch teilweise vernünftige Anteile dabei sind ja genau ja ich denke das war es jetzt mal wieder für jetzt für diese wissenschaftliche Tagesschau heute und ja bis bald Tschüssi tue 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 Untertitelung des ZDF, 2020